Eine große Wächte ist am Weg zur Höllental-Aussicht zu überwinden. Die Aussicht ins Höllental mit Rastplatz. Die Wege ins Höllental sind im Winter nicht begehbar. Auch schöne Sicht auf den Schneeberg. Abstieg zur großen Wiese Richtung Wolfgang Tierenbacher Unterstand. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Bei der Tour entlang der Lechner Mauern war es manchmal nicht einfach einen Durchgang zwischen den Latschen zu finden. Auch am Hauptweg von der Seewiese zum Ottohaus gibt es wunderschöne Passagen. Das ist ein Wunderschöne Passagen. Das ist ein Wunderschöne Passagen. Das ist ein Wunderschöne Passagen. Zwischen Otto-Schutzhaus bzw. Törl und Bergstation gibt es einen schönen Latschen bewachsenen Kogel, den man nicht auslassen sollte. Das ist ein Wunderschöne Passagen. Das ist ein Wunderschöne Passagen. Das ist ein Wunderschöne Passagen.